Ja, was denn? Ja, Matze, hi. Wir haben jetzt die Grafik für den München-Auftritt am 7. Oktober zugeschickt bekommen. Schaust dir doch mal kurz an, ob du es so gut findest. Äh, naja, klar, passt. Okay, dann fragen wir noch einen Don und dann geben wir es so frei. Warte, ich hole den mal kurz dazu. Don? Don, kannst du dir mal kurz die Grafik anschauen für den München-Auftritt am 7. Oktober? Hier wegen Ding, äh, Querformat und so, weißt du. Don? Ich glaube, er fand es gut, oder? Obergeil fand es, ja. Also, nimm mal das. Ist aber, ist echt gut, ist richtig gut.